Der Namsen ist einer der besten Lachsflüsse Norwegens und wird respektvoll König der Lachsflüsse genannt. Am 1. Juni bittet er wieder zur Audienz. Seit dem 19. Jahrhundert ziehen eifrige Angler von nah und fern an die Ufer des Namsens und auch heute zeigt sich der Namsen mit seinen Nebenflüssen als einer der stabilsten Lachsflüsse Norwegens. Anfang Juni bestehen daher gute Chancen, an diesem Fluss einen Lachs mit einem Gewicht von 10 bis 15 kg an die Angel zu bekommen. Die Chancen, an diesem Fluss einen stattlichen Lachs zu fangen, sind sehr gut und sehr starke Fische sind in diesem Fluss nicht ungewöhnlich. Es ist ein Traum, in den hellen Nächten des nordischen Sommers auf die kampfstarken Lachse zu angeln. Gemütliche Hütten in idyllischer Umgebung und einen Lachsfluss vor der Tür, so kann man am nahmsten seinen Urlaub verbringen. Die Lachsaison beginnt hier am 1. Juni und dauert bis zum 31. August. Die ersten Rans Ende Mai bestehen in der Regel aus 5 bis 6 Jahre alten Fischen, die drei Winter im Meer verbracht haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.